Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z mit Mission Nr. 26 wir haben jetzt mal wieder mal gefrustet wir haben neue Sachen erhalten ja das war's bestätigen auf geht's jetzt hatten wir den kampf gegen Sarah gehabt ich war nicht wie am Ragen weiß wieder nicht gegen verdammte scheiße naja runterkommen erst mal runterkommen wir wollen ja jetzt die nächste Mission machen mal sehen wie die jetzt wieder genauso schlimm der perfekte Körper auf jeden Fall wir sind 4 Super Saiyajans auf den Weg zu töten Show me what you're capable of Ja Bambian Mann Mann, komm Mann, komm zu So, stirb Mann, komm Mann, komm Mann, komm Da war der Nase, Koko! Ich hätte den so zurück müssen, aber... Nee! So! Down! Den haben wir auch noch geholt! Oh! Ow! Back up! Down! Zu dir! Ich ernächte dich, du Arsch! Nur noch einer! Okay! Oh! 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 Komm schon! Nein, 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 nein Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Ich hab's gebt. Fickdiss! Komm Es geht nicht mit dir Komm schon, MEK Scheiße neustart wieder und wieder und wieder weil es nicht funktioniert weil mich keiner unterstützt die heim ja auch kein schwein die wollen ja aufs kümmer aller dem aufs maul geben aber leider gehen wir nicht aufs maul scheißen dreckig rastier klaus wir können nur eine mission nur weil die scheiße funktioniert ja wo sind meine kollegen ich soll ja nicht versorgen mit gewalt gank hier aufzuladen erster staul oh mein es in die haus komm schon Jep Noch einer Kette Es ist Halbmäßig Jetzt zu dir Volltreffer Fress So Jetzt hab ich dich Kette Das ist besser Ja Jetzt zu dir Perfekt wir haben ihn wir haben ihn Oh Oh f**k Jetzt Jetzt geißen wir dir Hau ihn aufs Maul er hat keine Chance Jetzt Jetzt fress Alles auf ihn Hold on You're up Hmm Pretty good Now I'll show you My true power Now I'll show you Ach du Scheiße Ach du Scheiße Störbe weg das Jetzt Ich hab den Schleif Gleif Es ist Na komm Oh fuck Eins Scheiße Ich helfe dir Lass mich doch mal Der Lass mich nicht zu sich Cheat Weil der Target Was? Wo ist er? Ja Wenn ich nicht sehe Ich kann nicht sagen Weil ich dich sehe Oh fuck Das war jetzt scheiße Wir haben wieder ein kleiner Schnitt Es kann doch nicht sein Dass er so overpowered ist Dass ich diesen Verdammt Das Queen hat jetzt eigentlich mal vor Augen gehabt Das ist echt mutter Ich sitze jetzt schon seit über fast fünf Stunden an der Mission Ich hätte fast das LP deswegen abgebrochen Weil das Geld entschieden hat Aber ich habe ihn doch noch geschafft Oh fuck Oh fuck Oh fuck Du wisst nicht wie es mir jetzt geht Oh fuck 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 ist diese scheiße vorbei diese scheiße ja ich würde weiter strecken ja das jetzt gereicht ich mache ich muss auch schon schluss machen weil meine zeit fürs aufnehmen leider abgelaufen ist schon ich habe sie fünf stunden jetzt angesessen ich hätte heute noch fünf parts aufnehmen die mission ist dumm ernsthaft sie begann hier besser sehen ja wenn ihr wollt kann das schweren kommentar eine wertung da lassen und wir sehen uns im nächsten mal wieder bis dahin und ja wer der meinung ist das sind jemals der welt auf zeit gehackt wird von den comms oder gecheat wird schreibt es bitte in die kommentare ich bin der meinung ich bin jetzt auch derselben meinung mein fahrzeug wird schlecht das war ein fürs spiel sag ich immer so wie es ist